Aber wir haben noch einen weiteren Solisten hier in unserer Band mit unseren Pianisten. Peter Wollecke und er wird einen Ragtime spielen. Das ist der allererste Ragtime gewesen, den es gibt oder gar 1997 komponiert von William Henry Crill. Und das Stück aus Mississippi Rag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.